Ja, ich bin schon am aufnehmen. Herzlich Willkommen zurück. Diesmal ist Thorsten noch mit dabei und sein Ziehsohn. Der hat auch best... Der Simon, genau. Ich wollte gerade sagen, der hat auch bestimmten Namen. Jetzt kennt ihr die ganze Welt. Ja, die ganze Welt. Die sieben Zuschauer, die wir pro Video haben. Was soll ich nicht aufnehmen? Ich hab 13. What? Alter! Ja, ich bin ja sowieso dafür, dass mehrere aufnehmen, dass wir einfach mehrere Blickwinkel haben, weißt du. Ja, können wir gerne machen, nur jetzt im Moment ist es... Oder ich... Ich halte mich schnell mit ein, dann. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Können wir eine Action machen? Nö, geplant ist nichts. Absolut, gar nichts. Keine Action. Keine Action. Nee, nee. Action ist zu viel. Ich hab letztlich gefunden, warum ich... Wir lieben Zuschauer da draußen. Arbeit dir mit Langweilern. Ja, genau. Ja, Action. Wie sieht's aus? PvP-Battles, oder wie? Äh, ach Quatsch. Ja, er mit seiner Rüstung. Ja, ich hab keine Rüstung. Ja, gut, was für dich. Ich zieh euch trotzdem. Ich sag so, bei dir ist es ja anders. Player, Kill, Name und erledigt, hä? Genau. Nein, ich hab tatsächlich mir keine Atmenrechte gegeben. So unfair bin ich nicht. Das mach ich nicht. Hm, jetzt mach was Neues. Okay, ihr kennt euch ja schon länger. Ich halte mich da jetzt raus. Ich... ich hab mir noch nie irgendwo Atmenrechte gegeben. Hm? Hm? Was soll das denn jetzt heißen? Du weißt das ganz genau. Nein, weiß ich nicht. Ich würde sowas doch nie tun. Ja, und dann splitze deine Hecke und... Genau. Er ist so ein Schwerz auf dem Rücken. Gerade erst mal meine Melonenfarben erweitern. Ich doch nicht, in Klammern kein Ziel. Ja, ich komme hier raus. Treppe hoch. Ja, in Action. Bitte wünsche ich dir einen Sturz nur da hinsetzen. Ich muss mich ja auch erst mal ein bisschen ausrüsten. Ja, so kann ich ja im Moment noch kaum was machen. Ich bin nicht so der PvP-Match. Ich baue lieber. Ja, das hat man schon letztes Mal Minecraft gesehen, dass du liebend gerne baust. Auf jeden Fall werde ich mir jetzt hier ein Dings anlegen. Einen Minenschacht. Novo, novo. Ich hab mal einen unterhalb vom Haus. Also so in den Berg hab ich das reingemacht. Ja, ja, ich hab ein Baumhaus. Da ist unterhalb des Hauses ein wenig gedehnt, der Begriff. Wer hat denn da... ...komische Verex-Süter an die Baum zu bauen, bei mir gegenüber? Nicht ich. Ich bin nicht. Ich bin nicht. So, naja, und hat er die... Ah, 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 ah. Schon okay. Und okay. Ich hab ja auch gesagt, wo man die Dings zu verm- Ja. Ja, da ist ja damals auch ein eigener Server. Da ist dann nur einer hingegangen und so zwei Klotze übereinander. Und dann so alle 15, 20... ...klötze, weißt du? Fortgeschrittenes Handwerk. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ah, 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 ah. Meine erste Stein-Pakeaxe. Ein-Log-Musik? Ja, tatsächlich. Der Name... Der Name... Der Name ist entstanden durch League of Legends. Okay. Ich brauchte einen Account-Namen, damals. Von meinem Smurf-Account. Ja, ich hatte einen Smurf-Account. Und... Mir ist nichts eingefallen, bis ich dann unten gelesen hab. Da steht ja was von Ein-Log-Musik. Deaktivieren. Dann hab ich das getestet und gab's tatsächlich noch nicht. Ah, okay. Jetzt mach was anderes, ja. So. Jetzt fängt das langweilige Meinen an. Einer von euch ist irgendwann mal in Minecraft... Nochmal? In Minecraft. Hat das mal irgendeiner gemacht? Ja. Doch, nicht. Ich nicht. Ich hab's auch nicht. Ich spiel das unter 13 Jahre. Ich hab's nie gebraucht. Ich hab's mal gemacht, weil ich mal vor hatte, den Enderdrachen zu besiegen. Aber... Dann hab ich mit der Welt aufgehört und... Ja. Ich hab... Ich hab... Also, ich hab nur einen. Diesen... Diesen... Diesen Anfangstrang, den du so quasi für alle brauchst. Diese Awkward Potion, oder wie auch immer die heißt. Oder hieß. Ich hab so ein Gläschen Wasser. Ey. Die braun musst du noch nicht mal mehr braunen. Wenn Hexen dir die droppen, wenn du Glück hast. Löffliche... Was? Twitch-Streaming? Was? Hä? Ich will gar nicht Twitch-Stream. Alter. Nein! Ich bin so blöd, Alter. Ich bin so blöd. Professionelle Sachen, die ich jetzt tun werde, Steuern umstellen. Hahaha. Ähm. Ja. Gut. Ja, ja. Bla, bla. Fertig. Fertig. Zurück zum Spiel. F3. Oh, scheiße. Screenshot. Fächer Höhe. Wo sieht man das nochmal? Ach, 44. Alles klar. Das dauert noch ein bisschen. Ich hab Kohle gefunden. Wow! Ja, ich hab ja auch grad eben erst angefangen, so ziemlich. Wenn du vielleicht genug zusammenpresst, dann wird daraus vielleicht Diamant. Die Option müsste es eigentlich mal geben. Kohle zu Diamanten pressen. Aber das wär ja auch zu OP. Durch den Lägergott hier im Spiegel Kohle so in den Hintern schieben. Vollstopfen würde ich ihn. Das ist sicher. Den Druck kann ich ihm in meinem Darm nicht auf... Ich vergesse anlauernd ne Fackel zu setzen. Wir spielen ja nicht auf Peacevoll. Höhe, Höhe, Höhe. 37. Wow. Ich komm hier gut voran. Ich hab immer noch kein Eisen gefunden. Ja. Du bist ja schon mal hoch. Auf den Bergen. Gleich ist meine Spitzhacke kaputt. Dann muss ich wieder nach oben rennen. Yay. Und zwar jetzt. Also grad eben hat das, in meiner Probeaufnahme hat das definitiv mehr geleckt. Jetzt leckt es nämlich überhaupt nicht mehr. Ja, jetzt hätte ich das ganz kurz, aber... Wieso? Jo, dann beende ich das erste Video erstmal kurz vorher. Um überhaupt erstmal zu gucken, ob die Aufnahme irgendwas geworden ist. Bis bald, ciao.